Schöne Zwei-Zimmer-Wohnung, Leipzig-Leutsch, saniert mit Duschbad, kleiner Dielen- und Garderoben-Bereich, Schlafzimmer zum Innenhof, Laminalfußboden, Blickfensterseitig, Dielen- und Garderoben-Bereich, jetzt kommen wir zum Wohnbereich, südseitig, mit offenen Küchenbereich, Blickfensterseitig ins Wohnbereich und offenen Küchenbereich, Laminalfußboden, Laminalfußboden, Küchenbereich, Anschluss, Herd, Spül- und Waschmaschine, Blick aus der Küche ins Wohnbereich, Dielen- und Garderoben-Bereich, Dielen- und Garderoben-Bereich, Dielen- und Garderoben-Bereich, Duschbad, Handwaschbecken, Voreingebeze, Dusche, Dielen- und Garderoben-Bereich, Dielen- und Garderoben-Bereich, Südseitig, Südseitig. Dann sind wir durch die schöne 2-Zimmer-Wohnung, auch schon wieder durch. Danke für das Zuschauen, euch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, bis zum nächsten Mal.